Der Golf für Sparfüchse heißt bereits seit mehreren Jahren Blue Motion. Auch in der siebten Baureihe soll der Namenszusatz vor allem für eine sorgen, weniger Verbrauch. 2013 tritt der Golf Blue Motion mit dem 1,6 Liter großen Turbodiesel an. 105 PS und 250 Newtonmeter sollen schon in der Standardversion mit schlanken 3,8 Litern Diesel auskommen. Dank zahlreicher Technikeingriffe sollen beim Blue Motion Spargolf noch einmal 0,6 Liter weniger durch die Brennräume fließen. Der CO2-Ausstoß würde ebenfalls von 99 Gramm auf 85 Gramm pro Kilometer fallen. Grund für den Minderverbrauch? Eine besonders windschlüpfrige Karosserie mit einem CW-Wert von 0,27. Verkaufsstart für den Blue Motion ist Sommer 2013. Eizung... Eizung... с